gut auf Schiff um brauchst du irgendwo noch Prozent zu geben im Moment nicht okay weil ich hab gerade so viel Zwirn hergestellt wo tue ich den Zwirn hin Eisenkristalle, Elixiere und Kräuter ich tue es einfach mal bei Holz hier so weiter so 30 Zwirn, zack, geh mal rein war noch ein menschenherz wenn ich diese komischen Medaillen herstellen du möchtest du brauchst Alter bin ich am Öl mal das Netzlose bei dir sind sie ja auch warm mein Rechner ist auch wieder am hochheizen uiuiuiuiui wiewee ich hör'n was sollte ich verschick'n gut schiff ist so macht er viel unterschied 60 frames hier aber das über den gestellbio seine einstelle moment ich habe ohne obergrenze ich noch mal 120 heute eigentlich der woche ohne obergrenze sollte ich auch noch das am heizen ist ein kraftwerk gerade ich bin ich habe zwar die lüfter hinter mir laufen auf stufe 2 und das eigentlich schon recht heftig aber mein t-shirt ist nass so kommen wir gehen uns den tänzer holen ohne fei habe gar nicht mehr so viel gekillt ich brauche wir brauchen leder den zur Reparatur werden wohl nur welches was nicht so die sich ein Versuch genauer herz und fleisch kann er ja dann von den Toren du hast du spät zu Hause es ist scheiße so ich bleibe im Hintergrund ja wir müssen jetzt eh vor wir müssen die drei erst mal killen drei drei geköpft so wie ja genau die herzen aber der tänzer ist da ja noch beschäftigt das heißt ich hole mir auch noch mal das fleisch der tänzer tanzer ja aber da kommt da glaube ich schon einer oder auch und du auf den fähigen hier mich nicht einfach weißt du bist voll voll weiter gelaufen als fei und so auf ja auch fei geht da los und wir werden da geschossen hier wird scharf geschossen jetzt hat ich voll von mikro gehauen warte mal so dann war das problem der fucking tänzer ist die Tänzerin ne ist er auf dich getrimmt Tänzerin ist mir egal Tänzerin habe ich gleich Tänzerin habe ich gleich Tänzerin hallo bleibst du mal stehen Tänzerin hallo so Tänzerin alles klar ich habe Angst die falschen zu hauen ich habe ich habe sie glaube ich hast du hast du okay toll ich bin gestorben ne echt Tänzerin ja aber die alle gerade auf mich getriggert waren auf die Tänzerin ich wollte nicht um mich schlagen führten sie wie getraut zu schlagen ja hör mir eben die Sachen wieder ja 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 komm ja ich geh hier auch nach dem Weg frei ja am besten Kürze wenn es geht wenn es schafft ja ich versuche das gerade ich bin sofort wieder da ich wollte nur in die Tänzerin ich kletter hoch ich kletter hoch ich kletter hoch sonst wo ich alles alle tot also ich nicht ah Tänzer ja ein ja da war ja nur ein Tänzer Tänzerin wir haben jetzt sogar ne Tuse äh dame 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 mal gucken wie lange das letzte mal hat sie sich bei mir in einen Typen verwandelt echt ja wie jetzt warum ich hatte ich hatte welche mit der Seed Kleidung an es gibt ja so ein Volk die tragen dann diese Seed Kleidung ja und da habe ich mir gedacht zähmst du mal ne Tänzerin davon und danach stand auf einmal ein Typ da in Boxershorts also in seinen Lenden Schurz finde ich jetzt nicht gut uah war irgendwie irritierend aber äh hast du Herzen ja ja gut äh jetzt kleide ich mich mal eben raus wir könnten sogar noch ein ja entweder Tänzer oder sonstiges äh äh und dann aber jeder eine von der anderen Insel dahin ja du wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht ne so weiß ich mich Ambustschützen oder weiß ich nicht ja die waren die da hinten auf der insel aber ich müsste ne Leder wir brauchen Leder ein sehr tricky äh ich nehme mal dein Herz was hier liegt ne ja nimm mal ich nehme mal dein Herz ich nehme mal dein Herz aber dafür gibst du mir auch zwei Herzen ja ja klar mach ich da ich wollte Fleisch essen nicht ablegen alter ich möchte Opfern also ich möchte Opfer Medaille machen bitte was der Herr Do braucht ja diese komischen die ganzen Münzen da Mitra spirituell genau aber die kannst du nicht aus den anderen Mitra Tempeln rausholen das ist scheiße ne ne ich brauche dieses ähm Manifestation of a Seal genau die brauchen und da brauchen wir ganz viele von damit er das weiterentwickeln kann ich habe auch Manifestation of a Seal 39 ok du 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 wo hast du Herzen so ich bin am rechten Fleck achso ok am rechten Fleck hier hat zwar reingelegt danke so 25 Knochen wieder hier spoilert Fleisch nehmen wir mal mit ok jetzt kann ich nämlich diese Opferungsdinger machen ok ein geheiligtes Fleisch habe ich noch so aber das kann ich ja erst mal machen so Tänzerin sollte drin sein in der in dem Ding n 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 es schadet auch nicht hey gondola du hast herpes und spliss und achselhaare wir brauchen noch Leder hallo jugend ja für Leder und also für Leder schon mal Dings sammeln für Leder Dings ja wir sind Dings und Dongens am Sammeln und Rinde ja auch die weil ich brauch ganz viel Leder reparieren brauchen wir ja ganz viel Leder ich hab nur Wut gesagt spitzer Kontrollrede ja mach ich ja auch schon ich mach ja schon da ist ich dabei ihr wolltet doch Prozent von dem anderen was ja aber wir sind sehr heftig drauf die Kollegen wir müssen gerade hier geistig geistig hier gerade mal umnachten ja also geistig umnachten? ja wir müssen gerade mal so geistig philosophieren ach so umnachten wäre was anderes gewesen ja umnachten aber auch übernachten die Umlachtung die Umlachtung da ist es schon wieder gleich im Hausort ist es schon nun gleich wieder 1 Uhr ja das ist ja ja irgendwie schon ich hab ein und soll es noch sterben die sterben die sterben dann muss man eben holz die man mal Tierchen töten wir brauchen Leder give me Leder und so lebt und mit dem mehr auch mit Leder für eine Spitzhacke der Wasser für alles gleiche und so warum ich so fleißig um zu nennen na toll warum ausgerechnet für einen Hohene für jeden so gut erlauben Leder die Hyäne nicht Gott was habt ihr damit gebracht wieso warum das große vieh hier dass wir noch so was habe ich nicht ich bin ich bin hier oben ich war es nicht frei werden dann mitgebracht ich habe es gerade abgebaut ach so jetzt da war bestimmt die fehlers wer auch sonst wäre auch sonst es kann nur die fehl gewesen sein willst du eigentlich von mir doch noch weiß ich da kann mir gerade nur jemand entgegen mit dem viehchen daher sage ich doch die fehler ist gezogen jetzt jetzt noch ein scheiß Prozent Prozent ich wollte noch mal frei hier Reine Kürziger ja eigentlich wollte ich daran aber du blockierst die ganze Zeit ja ich muss doch mal eben weil du muss gar nichts wenn er da reintun gewohlen muss tun sie gar nichts nachdem er Mokka 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 Prozent durchschnittlich übersetzen was das heißt aber ich gern Mokka ich glaube das jetzt auch gar nicht wissen von meinen Ruhl wo es fützten du schon kommen und sein durch mit du hier gerade warm ist tuk 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 ich weiß gar nicht wofür man so viel Leder für die Eisen Spitzhacke braucht so viel Leder hat die doch gar nicht und fürst die Verbindungen brauchst vier Leder brauchst du eigentlich jeder brauchst du nur vier brauchst du gar nicht so viel und kommt es mir halt sehr viel Frau auch du sauer deswegen müssen wir auch immer Leder im Vorfeld produzieren du brauchst ja auch nachher für die Rüstung nur noch Leder auch zum Repareien man ja noch Leder Leder und Eisen dann sagt aber bitte hier denjenigen Leder die gar nichts verfolgt in der Schilder voll es hat eine nachvollziehbar und dort was und wird man trinkt kein Alkohol Prozent 5 obwohl er das wird zu haben an drei Wochen aber drei Wochen um Prozent weil er noch genau ist am Tag Prozent er hat ja nur vor ihm nach das war also vier Wochen Prozent nur noch um und schon wieder Urlaubswald und die erste Führung auf Polen von uns für die Aufruf umgeguckt und gedacht achten Scheiben Trau jetzt ab das ist dieses Seltsam an den Urlauben im Urlauben so liebsten wieder arbeiten den Vater weiß das jetzt nicht doch weil er nicht nervt ist er eben geben wird der Arbeiten der Oberarbeit mit der Klinik die Ablose und von Mio und umgekehrt sie reißen können gehen er ist es auch im Moment die Brandschutzverauftragte hat hier voll rumgemerkert ja natürlich hat darum gemäckert so recht die ganzen Flugwege standen zu wenn auch ein Kind ist auch nicht so schlimm ja er sei ja aus wie Hulle sie wurden so dass man ja nur Ausschnitte mit Fotos gezeigt hat die schon wieder behoben alle ja das geht gar nicht zu stellen und da muss man gestorben oder noch da in die Höhe und auch wie hoch kann man denn im öffentlichen Verkauf noch stapeln das geht gar nicht also jetzt hat er nicht kaufen also wenn ich jetzt in den Laden reingeht die möchte es ordentlich haben vor allen Dingen muss ja Angst haben dass die Sachen eigentlich schon defekt sind kann mir jemand garantieren dass wenn ich das kauft dass das dann ganz ist weil dazu zugestapelt ist hier ich finde das irgendwie ein bisschen doof was haben wir denn hier? ah guck mal ist halt ein Mitra-Tempel äh Quatsch Jog hab ich doch gebaut du Nuss Rezept Pufflisch Fleisch und hier ist auch äh äh da ist denn die Dinger denn? Hufflepuffs drin what? ja das sind auch schon ich hab doch schon Menschenfleisch gebraten was ich zum Beispiel gegessen hab Hufflepuffs nahhaft und hält auch und da haben wir jetzt erschreckt übrigen gebraten Menschenfleisch hält ewig ne? das wird nicht schlecht echt? keine Übelkeitsanzeige das wird nicht schlecht also wenn man Menschen begegnen nicht kann die äh ernten statt von Fleisch machen also für unterwegs ist das ganze ist nur aus dir gewohnt dann kann ich Menschen ernten und ah sehr eklig mit dir oh nein ich bin überladen macht nicht so wo ich bin tritt hier ah als ob du das so eklig finde das ist das Tattoo glaube ich sollte für ich bin überladen so ich muss auch noch holz haben alter was? ich brühe mich nicht hier aus ich bin immer noch beladen warum das fiel ich ess mal ein Stück Fleisch so ein Gewicht weg wenn man Leder bestellt ja das müssen wir äh fertig machen damit wir alles immer reparieren können sonst haben wir echt leh jetzt noch mal 190 vorbeigebracht wo du sauer ja ich bin ja auch die ganze Zeit da am ernten aber langsam muss ich mal meine Axt wieder reparieren die ist schon wieder die ist schon wieder? meine Axt ist wieder im piebiii Asch so Knochen die Niederlande die BIP die BIP die BIP die BIP die Ternat hier bei der Ehe der Bio-Losser hier so ein Rockenloch hat eigentlich möchte ich trotzdem über ein Bett und die die Karten ich bin dann nicht so scharf drauf um gleichwohl ich bin eh komisch dann kommt man mit ich habe schon nicht gesagt doch ich habe es nicht ich bin zur ich möchte eine kiste für mich warum nur für mich traue ich nicht nein da kommt mein werkzeug und meine sachen reinholen muss ich tue mal fertiges fleisch noch in die in die fleischkiste eigentlich nur eine fackel dabei aber die kann ich nicht aktivieren bist du weißt du das jetzt ja danke danke für deinen hinweg das bedeutet mir viel leib eigener warteschlange eine warteschlange für leib eigener sie um zu tun schon der herr du es manchmal ein dringend durch ihn und manchmal am morgen bin jetzt gerade fahrsam anfangen in was hab ich gebissen um bis zu pflanzen Prozent Faser und Form nun sagen wir die auch noch brauche ich brauche die zum bauen ja aber nicht die über ich habe hier ohne Ende Prozent Prozent es wird hier wie ich trage mich da ein nächstes werden und die ganzen Formen also es ist nur ohne Ende zu hören hast was wir oft in den Gitarren alles hat ein Ende nur die Burscht hat 2 genau wir wollen mein Schatz um die wollen kurz übergeben woher was das schläft heute echt mal man ist wer ist dafür dass ich hätte für immer aus dem Norden ich bin unparteisch schön rausgeredet sollen wir uns einen von drüben holen? ja, gerne aber wer bist du denn? bist du einer von uns? was? wir rennt einer mit dem Sperr rum, aber die scheint von uns zu sein also, wei wir haben auch Weiber du warst in den Zwirn reingetan äh, dritte Kiste oder so, auf jeden Fall da wo Holz steht ein Weg zu dir was denn? ich bin auch ein Weg zu dir achso, das ist meine Faust ich kann auch eben so ein Kiva herstellen bitte wen kannst du herstellen? Klauffleisch mitbringen achso Ulja, das wär nett dann bringst du mir bitte geheiligtes Fleisch mit dein Brat geheiligtes Fleisch? alter du musst, du kriegst aber pro Mensch nur ein Stück, ne? kein Problem also ich hab vier Fleisch davon aber die halten echt unendlich der Herr Doh kriegt langsam Angst vor uns so langsam wir handeln hier mit Menschenfleisch und essen das auch noch reparieren reparieren analysieren verbezieren in meinem Bett wollte ich eine Box machen weil für meine Waffen wir bräuchten eigentlich so so ein Schützen äh, mit dem mit dem verwandert vom Bogen verwandert vom Bogen voll Armbrust oder welchen aber ich glaub die kriegen wir nicht platt Aua weiß ich nicht weiß ich nicht aber musst du wahrscheinlich sehr sehr oft drauf haben das ist doch auch wird Zeit für ein Update einige der Bugs jetzt mal behebt und äh vielleicht irgendwie da nochmal ein bisschen an Performance Schub bringen wobei der Hotfix äh laden durchladen tut jetzt schnell, ne? das Video finde ich auch auf jeden Fall bei mir ein bisschen wir sind eigentlich relativ schnell für dich sollten jetzt aber auch erst mal weniger an äh das ist als basteln, sondern eher mal an Updates, also an Hotfixes Oh ja was, warte, warte, sollen die an nix basteln? so, die sollen jetzt mal weniger an Content basteln und mal mehr an äh Hotfixes und ja, ja, klar du hast immer noch den Schleier, es zieht immer noch echt? hm bei mir zieht jetzt nirgends wohin vielleicht mein Glück im Moment aber zwischendurch echt? also bei mir ist nicht deswegen mein Leather erforderlich sei das die Axt, die von dem Jog ist der Unterkiefer eines Menschen ein Knochen ja, das sieht so aus wie so ein Unterkiefer ja, ja, der ist so gefreut wie ein Unterkiefer äh was hast du denn da? alle, was hast du da? eine Machete es ist eklig es ist sehr eklig aber du kriegst nur ein Fleisch aus dem raus da sind ein paar Leute wo? nein, 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 nein ich muss so einen da hinten im Lager ich bin das selber ja da da die haben glaub ich wieder respawned äh respawned nicht respawned quatsch und eigentlich verbunden blub 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 ok plant fiber kriegst du auch hier unterirdisch ja, sehr gut oh oh Roms pieposten bitte wie gesundheit das ist nun wieder eine das habe ich mich auch gefreut das habe ich mich auch gefreut ich habe es mal mitgemacht das lacht aber ein bisschen, ne? unter Wasser finde ich orange blub generell ein wenig das ist einfach so also ich finde es lag ziemlich doll zwischen Atemluft sollten wir natürlich zwischen mir verholen, bevor ich schaden krieg so nein gondola sondergegatter übrigens wir müssen auch noch äh pflanzenfasern für die komische Reissuppe ja ich habe ein bisschen was reingetan das hält halt einfach ein bisschen länger wie rollen wir uns wie nehmen wir mit so ja die links oder was ja weiß ich nicht wie nehmen wir mit ich glaube die Jungen hat attackiert hier von auf nie so und nimm die Fliege mit da war ich hab jetzt ein bisschen leder schon wieder da vorne rechts dürften ja welche stehen ja ja Aua Bogenschütze Aua Aua Alter der ist aber nicht der Bogenschütze mich auf mich schießt hier die ganze Zeit ah ne mit eh vieles hält nicht mehr so gut Aua Musa der ist nicht der Bogenschütze der Bogenschütze steht ja in der Mitte also alles klar wo Alter ich fand noch ein Sperrchen einfach so Aua äh ist er schon gefallen ne immer noch nicht ja er ist ungefallen wo's er ich seh ihn nicht mehr wo's er hin ich hab ihn glaube ich oder ist er dat ja ja dann schnell weg juhu mach mal hier so ein paar Frauen auseinander ja ja wir haben einen Bogenschütze Bogenschütze mit der Armbrust kommen wir hier runter blum 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 runterrutschen jo ja ich komme nicht nach achso oh er schraubt ein bisschen unter dem Wasser ist das ist das so in Ordnung ja ne muss er weiß nicht ob die ertrinken nö 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 der sieht nicht so aus als ob der ertrinken möchte der möchte gar nicht ertrinken macht sich frei genau der ist total hart im Nehmen der der mag das wo gründlich braucht das genau da steht da drauf m es genau war toll der braucht das ich bin vergiftet ich bin vergiftet ich bin vergiftet ich bin vergiftet jetzt nicht mehr also vergiftet ja aber spinnen weg ach so da bin ich ja mal eben fleisch holen ich bin verkrüppelt vergiftet gewesen noch schlimmer scheiße wir kommen noch in den Ziel hoch bin falsch gelaufen kann sein oh ne da geht hoch glaube ich glaube ich glaube auch man glaube ich links umlaufen da vorne ist ein Profi was wo mehr hoch ich folge dir auf spinne wo rechts da wo wir hoch müssen und jene ah ja spiele kommt schon yes ach so sind alle schon platt der hat gleich Kopfschmerzen aber sowas gefunden also die Waffe ist gut hier diese an er wird auf jeden Fall ein Kater haben du hast aber alle Fälle oh wir sind falsch gelaufen können sein oh 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 muss so wir sind eine zu früh abgebogen ah ja cool cool zwischendurch hier diese luftbläschen kannst du nur mit ach das sind wie so unter wasser geysire oder so sieht er ja cool schwimmt die äh äh treibt die auch ein bisschen nach oben so ja er hast ja in realen leben auch ja er hast ja in realen leben auch ich hoffe ich mit dir verheiratet bin das war sie nicht das war schon mal die diskussion so der muss zu bio an die an dem tempel so zock 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 der ist gar nicht mal so schlecht der ist nicht gut jetzt ja genau so müsste drin sein guck mal ich habe jetzt ein bisschen fleisch reingelegt weil da war gar nichts drin da läuft so ein piech hinterher was da schießt unser bogenschütze auf mich ich wollte in der schulter gebrochen was hat schaden da ne wir haben schon wieder fast eine stunde aufgenommen was dabei haben wir noch was gemacht achso mal wir brauchen kohle 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 hast du menschenfleisch mitgebracht ja überhaupt nicht überhaupt nicht wo skundula weg er ist da schon in dem ding drin oder brauchst du das die ist die ganze zeit nur im trennen soll ich das kochen oder brauchst du das roh ne das muss soll gekocht werden diese ganze zeit nur im trennen ich werd nicht mehr da kannst du dann rausholen wenn es gekocht ist und einpacken weil es wird ja nicht schlecht sag mal ist halt nicht da von unserer tochter dann essen nö sicher ja die hat die Minion Kekse achso ich hab mal ich hab menschenarm die kannst du nicht essen ein menschenarm ja menschlichen arm human flash ablegen oh ich hab noch eine notiz äh es war auch nur wieder ja hunters note crocodiles ne xx placeholder lore 6 da kommt dann irgendwann mal die lore mit rein schön hopp wir haben sie die lore die hannelore die ist so peinlich es ist was denn hannelore schlimm ist der name doch nicht ja in der ausgabe haus gerade auch nicht schlägst du mich gerade etwa na sicher gertrude die 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 ich war jetzt mal so dreist und hab Prozent meine Spitzhacke wieder reparieren ähm vielleicht auch noch mal kurz den Cut machen ja und brauchen wir nicht mehr also äh sachen verdichten wir nicht schlecht das für einen kurzen Cut ja würde ich würde ich auch mal zum Vorschlag und dann machen wir das mal eben bis gleich bis gleich bis gleich